Die LAFA-Kurve hat zwei Fixpunkte. Bei einem Steuersatz von 0% gibt es auch Steuereinnahmen von 0. Und bei einem Steuersatz leicht über 0% kann man auch Steuereinnahmen größer 0 erwarten. Soweit logisch. Bei einem Steuersatz von 100% hat man aber nicht die maximal möglichen Steuereinnahmen, sondern im Gegenteil, sie sind dann ebenfalls bei 0. Denn ein Arbeiter, dem man all seines Einkommens beraubt, wird sehr wahrscheinlich nicht weiterarbeiten. Wenn man den Steuersatz von 100% aus etwas reduziert, dann werden die Raubbeinnahmen größer 0 sein, weil sich dann manche Arbeiter immerhin mal ab und zu ein Brötchen leisten könnten. Wenn man diese beiden Fixpunkte annimmt, dann müssen die beiden Linien sich irgendwo zwischendrin treffen. Es sollte nun jedem einleuchten, warum es sein kann, dass ein niedrigerer Steuersatz unter Umständen zu höheren Raubbeinnahmen führen kann. Wenn der Steuersatz hinter dem Scheitelpunkt gesetzt wird und man ihn von dort aus verringert, dann lohnt sich das Arbeiten so sehr, dass höhere Arbeitseinkommen erwirtschaftet werden, wovon der geraubte Anteil dann ebenfalls höher ausfällt. Wenn der Räuber in dieser Situation einen noch höheren Steuersatz fordert, dann ist er nicht nur Sadist, sondern auch Masochist. Wir können nicht unbedingt sagen, wie die Kurve genau verläuft, denn wir wissen nicht, wie Menschen auf höhere oder niedrigere Steuersätze reagieren. Es könnte etwa eine steile Treppe bei 50% geben, weil viele es als besonders ungerecht empfinden, wenn man sie der Hälfte ihres Einkommens beraubt. Der Scheitelpunkt könnte aber auch weiter rechts liegen, je mehr die Arbeiter dem kommunistischen Idealbild entsprechen und bereit sind, ohne Lohn zu schuften und sich für die Räuberbande aufzuopfern. Der Scheitelpunkt könnte aber auch etwas weiter links liegen, je mehr Menschen sich bewusst werden, dass Steuern Raub sind und sich deswegen lieber mehr Freizeit nehmen, um beispielsweise gegen den Staat zu pöbeln. Aber wir wollen nicht zu viel annehmen über den genauen Verlauf der Kurve. Das können wir auch gar nicht, denn die Wirtschaft ist kein Labor. Und es ist besser, wenn wir uns auf Aussagen beschränken, die denknotwendig sind, anstatt Daten zu analysieren, bei denen es völlig unmöglich ist, alles Denkbare konstant zu halten und nur den Steuersatz als Variable zu haben. Bleiben wir also bei dem Gedankenspiel und zeichnen wir die Kurve zunächst glatt und symmetrisch, ohne uns einzubilden, der genaue Verlauf wäre empirisch belegbar. Die Laffer-Kurve wird gerne als Argument benutzt, um die schlimmsten Ausfüge der sozialistischen Hofintellektuellen etwas einzudämmen. Sie ist seit Jahrhunderten bekannt, auch wenn der Begriff heute vor allem durch den Hofintellektuellen Art Laffer geprägt wurde unter US-Präsident Ronald Räuber, ich meine Reagan. Wenn die Hofintellektuellen aber ehrlich wären, würden sie nicht nur diese eine Kurve zeichnen, sondern auch die Einkommenskurve. Diese ist ja die Grundlage für die Braubung und sie macht deutlich, auf wessen Kosten dieses sogenannte Optimum erreicht wird. Sie macht auch deutlich, dass die Gesellschaft insgesamt ärmer ist, als sie es sein müsste, je höher die Steuersätze sind. Die staatliche Darstellung der Kurve verharmlost auch die langfristigen Folgen höherer Steuersätze. Da der Staat eher dazu tendiert, die Raubeinnahmen zu konsumieren, würde ein weitsichtiger Räuber, also einer mit einer niedrigeren Zeitpräferenz, vermutlich auch einen niedrigeren Steuersatz wählen. In der Demokratie haben die Entscheidungsträger der Räuberbande aber erstens keinen persönlichen Vorteil von den höheren Raubeinnahmen und zweitens sie sitzen in einer Zwickmühle, bei dem sie entweder Wahlgeschenke verteilen, solange sie es können, oder von ihren Komplizen abgesägt werden. Wenn man die zeitliche Komponente in der Kurve berücksichtigt, so würde der Scheitelpunkt auch weiter nach links rücken, je langfristiger der Zeithorizont der Räuber ist. Wenn die Räuber also bereit wären, sich kurzfristig mit geringeren Raubeinnahmen zufriedenzugeben, könnte diese Einkommen benutzt werden, um Kapital aufzubauen und somit höhere Einkommen in Zukunft zu erwirtschaften, womit ja auch wieder die Raubeinnahmen höher wären. Es wäre auch sinnvoll, eine Kurve zu zeichnen für die Eintreibungskosten, also die Kosten für Finanzbeamte, Vollstreckungsbehörden, Zollbeamte, Polizei und so weiter. Diese Kosten steigen auch zusammen mit dem Steuersatz, denn mit immer höheren Steuern lohnt sich auch immer mehr, sein Einkommen auf dem Schwarzmarkt zu erwirtschaften. Insofern die Räuber keine Sadisten sind, könnte man auf Einsicht bei ihnen hoffen, dass es nicht in ihrem Interesse ist, Leute nur deswegen zu berauben, damit sie die Mittel haben, um andere Leute auch noch zu berauben. Sprich, mit höheren Steuern wird die Steuereffizienz immer niedriger. Und apropos Schwarzmarkt, die Kurve dafür könnte man auch noch zeichnen, um damit klarzumachen, dass Leute durch immer höhere Steuersätze auch immer weiter in die Illegalität gedrängt werden und irgendwann den größten Teil ihres Einkommens auf dem Schwarzmarkt erwirtschaften müssen. Es wird wie so oft deutlich, wer den Rahmen der Diskussion setzt, der braucht sich über den Ausgang der Diskussion keine Sorgen zu machen. Eine Kurve zu zeichnen und von einem Optimum zu reden, sollte die Frage aufwerfen, optimal für wen? Und selbst wenn man Daten hätte, um manche der Kurven akkurat zu zeichnen, gäbe es immer noch die Abfägung von Sachen, wozu man keine Zahlen hat oder die man überhaupt nicht in Zahlen fassen kann. Es wären wert, Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel, ob man in einer Klassengesellschaft leben möchte, in denen es die Nettosteuerzahler gibt und die Nettosteuerempfänger, ob man bereit ist, eine insgesamt ärmere Gesellschaft in Kauf zu nehmen, um höhere Raubeinnahmen zu erzielen, ob man überhaupt von einer gerechten Gesellschaft sprechen kann, wenn in ihrer Mitte ein Gewaltmonopolist sitzt, dessen Kernkompetenz die Zwangsandrohung ist, womit er sich auch finanziert und er vorgibt, über die Gerechtigkeit von Steuern selber richten zu können.